Gut. Siehenspitze Weihnachten 2011. Ich sollte längst einmal drehen. Wie hat es den Lautsprecher? Ja, hat es den. Der Böschte, Dietmar und Leon. Hör dich hin. Auf eine gute Abfahrt. Ja, hör auf, he. Da sind wir Sturzreihe. Zwei zum Feinbruch. Da runter geht es jetzt. Hurschen, heben wir ihn auch. Ja, ich fahre ihn noch. Nein, nein. Am Anfang muss ich... Super. Jetzt muss ich mich gleich anstrengen. Da haben wir die Ehre. Und du bist in den Zentrum. Du bist durchgefahren. What? Und eins rüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Ja. 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 Ja.